es tut mir so leid es tut mir so leid das ding ist das ding ist die ari sagt sie ist mörf kontra tess gott der name ist bei mir hey grün alter auf dem zweiten bildschirm ich kann deinen namen ganz schlesen alter das ist richtig krass halt da liefersucht 100 pro mich counter zu jonglen an die jacks ist das gut jetzt will ich noch gegen arden gg ich war es nicht ist ich gebe zu was von der flugel m Hi Wurstbrot, du Stalker. Oh, dass man das sagen muss, oder? Das ist aber nicht gut. Und schlitt. Wie, sie hat keinen Flash. Jetzt hat sie auch noch geflasht, oder was? Digga, das ist doch kein Smurf. Die ist doch auf Ascha, Alter. Ja. Was soll denn das für ein Smurf sein? Ist die Bronze-Smurf, oder was? Wie gesagt, wenn ich so ein gekaufte Account mir gefustet wurde. Ja, ja. Oh mein Gott, wie er nicht hilft, Digga. Dieser Trash-Retarded, Alter. Ich weiß. Wie du einfach keinen Schaden machst. Du musst echt aufpassen, wie du mit mir sprichst, Alter. Das sag ich dir. Hast du das Nautilus-Jungle-Item, oder wie hast du die Regels? Ach, guck mal, sie ist tot. GG, für das Blut. Löffbar, Ari. Nice Smurf. Oh, Gott. Report is incoming, Digga. Ohne Witz. Report is incoming. Ohne Witz. Ich reporte die, Alter. Hardcore. Kriegt ein Hardcore-Report. Jax kommt gleich zu euch nach unten, ne? Nur so infomäßig. Das regt so Hardcore auf, so ne Leute, wie diese Ari, Alter. Ups, Mist-Click. Gay, gay. Gay, gay. Jetzt geh back, Digga, weil Jax kommt. Ah, ne, du bist full life, okay. Leute, was haben die gemacht, Alter? Auf jeder Botlane, auf der ich bin, fokussend sie den Support. Das ist Taktik. Das ist Taktik, um euch zu verwirren. Glaub es mir. Es ist Taktik. Taktik. Ja, auf das Jungle-Item mach ich auf Nautilus nicht. Auf Nautilus nämlich die, auf Nautilus nämlich die Faust. Obwohl eigentlich das Item, obwohl eigentlich das Item mit Witzend echt stark ist, ne? Oh, we'll drown. Okay, Jax sagt den Flash. Hat der geflasht? Ja. Hat der dich auch rausgeflasht, oder den Flash bei dir rausgekriegt? Ähm, den hab ich schon vorher beim Tower gemacht, um Nautilus zu bekommen. Ja, er musste sich vom Hook wegflaschen, sonst wäre er jetzt tot. Ich hätte Double-Buffs. Oh, er leert zwei Dorans. Das soll ein Smurf sein. Das ist doch kein Smurf. Auf einem Smurf hat man eigentlich einen Scannen. Er lügt wie Scheiße. Ich hab ihn gemacht. Ayu. Die Smurft auf keinen Fall. Ja. Dafür ist die zu schlecht. Definitiv zu schlecht. Wie bekommt man denn Boiski? Wurstbrot schreibt, man muss mir Nacktfotos schicken. Wie geil ist das denn, Alter? Nacktfoto. Jetzt geht's aber los, Alter. Jetzt hast du schon das Video dargestellt. Verrate das doch nicht gleich immer jedem Wurstbrot, Digga. Sonst ist es doch zu einfach, den Boiski zu kriegen. Schickt mir alle Nacktfotos von euch. Je jünger, desto besser. Jax ist wieder unten bei euch. Läuft bei Jax. Hat er den gehuckt? Ja. Flaschhook. Also es ist Madlife ohne Ende. Hey, love. Love is in the air. I can feel my ass tonight. Wenn du gankst, wenn du... Ich bin Gold. Gold 4 bin ich. Fast Gold 3. And there's no need for it. I got no... Ey, das könnte ich eigentlich auch mal in Deloy-Überschrift schreiben, ne? Gold Elo oder sowas. Ja, das... Damit die Leute richtig sehen, wie cool ich bin, Digga. Ach, wie gut du bist, ne? Oh, letztes Klimas. Sechs als f***t. Ja, wir sind hier. Verstehe immer nicht, warum... ...die Midliner rausnehmen. Na, wir sind hier. Ja. Ich hab Ulti. Entschuldigung. Jax ist wieder unten. Und Morgana kommt auch. Morgana kommt auch. Dann sag ich mal Tschüss. Sind sie tot? Ich glaube nicht. Aber jetzt glaube ich schon. Hoffentlich stirbst du, Digga. Schön. Leona kriegt den Kill. Das ist doch super. Wow. Ja, Leona kriegt den Kill, wo... Wen stört's. Trotzdem, dass da gleich wieder viel unten sein müsste. Ja, ist ja egal. Ich komm gleich. Ich komm auch gleich ganken. Zeigen wir dir mal, wie das geht. Auch immer keine Hilfe. Ja, Gold ist natürlich richtig low. Du bist... Ich bin... Ich bin halt einfach schlecht. Was soll ich machen? Ich kann das halt nicht, das Loy spielen. Alle schlechten Spiele sind in Gold. Dann Gold ist das. Genau. Alle, alle schlechten Spiele sind Gold. Das ist doch gar nicht so schlecht. Nein, bin Dark Knight ist bestimmt ein viel, viel höherer Elo. Der ist bestimmt Platin und so. Oder Diamond. Nach dem Fünf und kommt sich jetzt wie der Boss vor. Okay, Lee Sin hat mein Red geklaut. Hä? Äh? Lol. Bin ich offline, Digga? Nein. What the fuck? So... What the fuck? Eben stand Lee hier und auf einmal ist er weg. Madbug. Aber richtig Madbug. Alter, WTF. Ich bin beim Red und da ist gar nichts mehr. So, ich komme gleich Bot Lane. Oh, ich muss einmal... Wie gesagt, wir brauchen keine Helfer. Es ist so dumm, dass ein Champion, der nicht traden kann, so gut, gegen... ...Gegen Lucian zu... ...Gegen Lucian zu... ...weil... ...Twitch kann gegen Lucian, nicht traden. Testlich an Twitch ist, dass er fast niemanden countert, ne? Die einzige, die er countert, ist Ash. Wen? Twitch countert nur Ash, sonst niemanden, finde ich. Ash wird nie gespielt. Na, Twitch countert noch mehr, aber... Ich bearbeite mal ein bisschen den Tower. So, ich komme gleich wieder. Ähm... Oh, bitte, komm. Zehn Gold noch. Nice, ich habe jetzt... Ich habe die Golem-Faust und Boots habe ich jetzt. GGG! Die ist nicht schlecht, Liga, die AW. Die waren zu zweit eben auf der Lane. Mist. Jax könnte kommen. Gessen. Aber ist gut Aber wenn die Leona trollt Ich komm runter Ich komm zu dir Komm zu mir Komm zu mir in die Nähe Ich komm hier hin Au Ich komme Oh man Wo ist der andere Jax Da ist er Komm ran hier Ich glaub den machst du nicht Oder Oder Nee Twitch Juhu Gott ich mach den Ja Ah da ist 6 Oder aber auch Machtteil hier Boom Nein 6 Oh god Holy Holy Noob Okay du bist da Mein Retter Digga Mein Retter Mein Retter Mein Ritter in der schimmernden schwarzen Rüstung Morgen X Nesco Junge wenn wir das gewinnen dann lache ich mich tot Und alter ohne witz Oh scheiße Was wenn retarded du bist Die campen da immer zu dritt in den scheiß Busch Ja ja deswegen geh nicht so weit Von der Treadbuff ist übertrieben Scheiße Leona kriegt alle Kills digga GG Leona Ja die macht uns auch solo fährt So ohne Spaß die botlan wird so gesittelt in den Gegnern das ist nicht schön Ja weil sie sehen botlan ist einfach too good Mein Schild ist so OP Guck mal der Blue kommt gar nicht durch mein Schild Der Blue kommt nicht durchs Schild Oh geh doch kaputt du Nutte Elb Was ist denn Elb digga Oha Nautilus hab ich lange nicht mehr gespielt Eigentlich ist es geil Hi Hasi Hi Wurst I will not rest Do you hear them bawling Left to die Stop Chat Love Mother Your turret has been destroyed Shut down Both They will They You They 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 Nautilus ist so OP, Junge. Der tankt schlechthin, Alter. Nautilus ist so tanky, Alter. Das ist so krank, Mann. Komm her, Lucian. Scheiß mal auf die Fights da unten. Ja, ich hab ein Auge. Wir haben einen Free Dragon. Digga, mein Schild ist so... Alter. Junge, mein Schild ist so fett. Hast du gesehen, wie fett mein Schild war? Der Dragon hat nicht ein Damage bei mir gemacht. Also nicht ein Leben abgezogen. GG. GG. Jetzt hab ich Sunfire Cape. Oh, ich liebe Nautilus, ey. Und jetzt hol ich mir erstmal Witzend für Magic Resists. Oh, fuck, 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 fuck. Der Turret. Nein, Mann. Niemals. Geh rauf, geh rauf, geh rauf, geh rauf, geh rauf, geh rauf. Verlier den Tower nicht. Geh rauf, geh rauf, ich komm auch. Oh, dein Schaden, Junge. Leck mich. Holy Jesus. Komm, ich bin drauf. Na, ist Trump mal wieder auf mich, wie immer. Ja, ich kann da nix machen, wenn ich so sass. Nice. Oh, hätte ich ihn gekriegt, Digga. Wär so episch. Weiter drauf, Mann. Madlife. Komm ran hier, mein Junge. Nautilus, Alter. Hook of Doom, Junge. Hook of Doom. Komm ran hier, Junge. Weißt du, was ich mein? Vielleicht, wenn wir das gewinnen mit dem Troll, ne? GG, Junge. GG. Spiel aber gut. Nichts sagen. Ja, Mann. Wurstbrot schreibt gerade, Nautilus könnte Türsteher werden. Ja, könnte auch. An ally, let's me swim. No. No. Bitte nicht. Bitte nicht. Dautilus, bitte nicht. Nein. Scheiße. Scheiße. Mein Lachen ist so schwul. Bisschen Magic Resist. Scheiße, Mann. 6-0. So gut gespielt, Mann. Meine guten Stats sind ruiniert. Alter, wie geil. Nein, Ari, don't die. Ari. Ari. Und sie ist so down, Digga. Sie ist so down. Nicht so lange, Madlife. Ja, Mann. Alter, beweg dich, Mann. Oh mein Gott, die sind alle so low. 6. 6 ist geil, Digga. 6 braucht ulti. Er hat doch gerade geultet. Das ist das Problem. Oh. Okay, mein Blau ist wieder ab. Mein Blau. Sind echt alle fucking low. Die haben alle 10 HP gehabt oder so. Puschen wir jetzt. Ich komm gleich, ne? Ich muss einmal Blau holen, weil wenn ich keinen Blau hab, dann ist... Ich brauch Blau. Lass mal schnell zum Red gehen. Komm mal mit, Lucian. Zu Enemy Red, der ist ab. Wir machen noch den Tower hier. Ja. Komm mit zum Red. Weil dann können wir auch Lee ohne Sinn töten. Sag ich doch, der ist ab. Organa kommt. Ja, egal. Warte mal, bleib mal hier. Komm. Der Doppelhook. Pass auf, ausweichen. Ich halte sie weg. Ich halte sie weg. Sometimes race me down. Weißt du denn so, voll mit dem Sack auf ihr Gesicht. So geil, Alter. Das ist echt Disrespect. Das ist Disrespect ohne Ende. Ja, keiner fokust mich. GG, Digga. Ich mach aber Damage ohne Ende. Allein deswegen könnte man nur ein Autolos spielen wegen dem T-Bag zum Disrespect. Ja, Mann. Der T-Bag ist über nice, Digga. Guck mal, wie ich da hänge. Im Livestream sehe ich das gerade, wie ich den T-Bag gebe. So geil, Alter. Richtig köstlich, ohne Witz. Kann ich Red haben oder willst du haben? Ich brauch du. Okay, weil du es jetzt gesagt hast, smite dich denn. Also, geil. Geil, wenn ich jetzt... Komm, lass mal Lee machen oben. Komm mit, komm mit, komm mit. Lass hier oben rüber. Schwarz und der Türsteher. Ja, der Türsteher ist aber schneller als du, weil er Flodden-Busern hat. Okay, Lee ist tot jetzt, Digga. Geh rauf einfach, geh rauf! Okay, ich bin tot. Nein! Mach den Lee! Nein! Ich bin nicht fokussend, man. Ich hasse sie. What the... Was ist da? Digga, willst du mich verarschen? Der hat sich von hier darüber geflasht? What the fuck? Wie weit hat er sich geflasht? Lee hat halt Mechanics... ... oder die Thresholds. Das ist Risky. Schild OP. Wir hätten ihn fast gehabt, den Lee. Boah, wie das aufregt, dass die alle immer auf mich schauen. Ja, der Lee auf jeden Fall. Ja, auch die Leona. Ich muss die... Ja, das Ding ist einfach, weil du auch den meisten... ... weil du der Gefährlichste bist von allen. Das ist halt klar. Nee. Ich hab nur... Ja, gut. Warte mal. Ja, ich hol mir jetzt... Äh... Ich weiß... Oh, ich weiß, was ich mir hol. Ohne Witz. Ich hol mir Rude of Ages. Hätte ich mir am Anfang gleich kaufen sollen mit ihm. Bisschen useless jetzt, aber egal. Ich kauf's mir trotzdem. Und gleich kam er. Ich bin noch lange nicht da, ne? Ich muss als erstes 10 Kilometer wandern. Easy, Bruder. Komm, ran, Lee. Ich bin so tanky, Junge. So geil, wie sie mich fokusten. Guck dir das an. Die waren nur auf mich gerade. 5 Minuten. Jetzt haben wir einen Free Inhip, Digga. Free Inhip. 5 Minuten, Junge. Ich bin erst mal back. Oder nee, lass uns mal den oben nehmen. Komm. Ich kann nichts machen, gar nicht. Ich hab keine Ulti. Ich bleib hinten. Okay, rauf. Läuft bei dir. Please, please focus me more. Please, please. Please. Please, please. GG. GG, Junge, GG. Die fokussen mich so hart, dass sie ihre Games einfach so verlieren. Die sind so dumm. Wie kann man den Nautilus so hart fokussen? Ohne Witz, kannst du mir das erklären? Wie die Idioten. Richtige Idioten. Ist einfach so dämlich. Ich mach Dragon Solo. Ist Jaxx bei euch. Tschüss. Quadra Kill, hab ich gehört. Penta Kill, Bruder. Bitte Penta Kill. Ah, nee, das geht nicht mehr. Ja, du bist da. Schade. Wär geil ein Penta Kill, wär nice gewesen. Ja. Ich hab Dragon gemacht. Report Twitch, wieso? Twitch ist doch super. Ja. Das ist ein knuffiger, knuffiger Articary. So, komm ran hier, Red. Ich brauch dich. Dann kannst du meinen Red nehmen, ne? Komm, dann haben wir den Timer, ne? Ich mach jetzt so viel Schaden mit Witzend schon. Das ist unglaublich krank. Warte, wie viel Gold brauch ich, damit ich Root of Ages hab? Okay, 500, nee, 400 Gold noch. 400 Gold. Der Twitch macht keinen Schaden, sagen wir mal so. Er hat voll die wrong Items gekauft. Ich weiß nicht, seit dem Twitch, das, äh... Dass die Leute sich, das ist auch, das ist wirklich so viele Leute gibt, die nach den Keys betteln, ne? Abartig, Digga. Lass Jax machen, komm. Komm, ich 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 komm. Ich flash mich rein und mach Ulti auf ihn. Hm? Enemy inhibitor. Und Angel. LOL. Ich hab genau getroffen. Wallah. Und das Ding auch noch. Ich bleib bei dir. Bleib vor dir stehen. Hm? Komm, 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 komm. Ich tank die ganze Scheiße. Ich komm zu dir, ich tank. Gut, weiter. Oh, jetzt hab ich aber Angst. Ja. GG! GG, Junge. Nautilus rule the world, Alter.